Der erste Halbfinale-Teilnehmer kommt aus Holland. Er ist der regierende holländische Meister. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Roy Stoltz. Und sein Lieber ist die Nummer 1 des 3-Königs-Dunker-Ofen 2012. Er kommt aus Malta. Er ist die Nummer 56 der Weltrangliste. Er will von diesem Sport. Man nennt ihn The Tornado. Einen Applaus für Romy Drago. Roy Joachim Gantner hat beide Spiele begrüßt. Links Joachim Gantner, Präsident des Black Seven Snooker Clubs. Auch gleichzeitig Schiedsrichter von dieser Begegnung. Neben ihm Tony Drago, der Tornado aus Malta, Nummer 56 der Welt. Und sein Gegner rechts im Bild. Roy Stolk, niederländischer Champion. Mehrfacher EM-Teilnehmer, erreichte dort auch schon öfters das Viertelfinale. Und beginnt nun dieses Turnier Best of Seven mit dem ersten Break. Er ist die Nummer 5-Königs-Dunker-Dunker-Dunker-Dunker-Dunker-Dunker-Dunker. Und ich darf es auch wieder ganz am Anfang erwähnen. Sie können jederzeit mit uns in Kontakt treten. Gehen Sie auf www.3kings.at Oder schauen Sie auf www.facebook.com Da können Sie hier runterscrollen und den Thread verfolgen. Und natürlich auch dort jederzeit Kommentare hinterlassen. Und natürlich auch auf der 3-Königs-Homepage 3kings.at In das Gästebuch hineinschreiben. Ja, der erste Punkt von Tony Drago konnte sehr gut auf schwarz stellen. Hat nun schon 8 Punkte. Ich unterblicke nun auch von der Pocket Cam. Perfektes Tempo. Schöne Position auf blau. Ich bin jetzt schon bei 17 Punkten. Ja, der hat jetzt hier sehr, sehr ein schönes Bild. Ich könnte jetzt sicher ein gutes Break-Spiel. Ich bin jetzt schon bei 36, nein 37 Punkte. Die roten Unterlagen von Pink sind alles sehr schön aufgesplittet. Jetzt ist es nur noch wichtig, dass jetzt das Stellungsspiel funktioniert. Bei diesem hat er zum Teil noch Mühe. In den ersten Begegnungen. Das ist heute genommen. Vorgestrigen Tag. Das halbes Entspiel ist schon voll. Und es scheint keine Ente in Sicht. Okay. Aber jetzt leider mit dieser von rot auf schwarz schlecht gestellt hatte er eine sehr wenig Winkel. Und konnte deshalb keine Fortsetzung mehr finden. Musste eine schwierige in die Mitteltasche versuchen. Scheiterte aber schon sofort. Sog mir dies nun alles durch. Am Zug. Hier wieder ein großartiger Einsteiger von Tony the Tornado. Boom. Go, 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 go. Boom. Outdo Bing. Boom. Sog. deberkeicht! Tod Element zudriven ASBEL. Ja, du bist t istem! Ja, dieser Frame scheint schon knapp entschieden, jawohl. Roy Stolk hätte schon mehrere Snooker benötigt, Roy Stolk gibt auf, gibt Tony Drago nun den ersten Frame, damit führt der Baltheser mit 1 zu 0. Ja, Roy Stolk hatte ja nur 3 Stöße zu machen, hatte den Anstoß und dann zweimal einen Fehler, kann man es nicht nennen, aber er liest beides Male Tony Drago eine Option zum Senken und er konnte sie beide Male ausnutzen. Und gewinnt das erste Frame mit 71 zu 0. Gespielt wird Best of 7, das bedeutet der erste Spieler, der 4 Frames gewinnt, steigt in das Finale auf. Und dort trifft dann entweder Drago Tony oder Stolk Roy auf Patrick Heinzli oder Björn Hannivier. Ja, und auch die Zuschauer treffen immer zahlreicher ein hier im Patricksenrank, im Gewerbepark. Falls Sie die Möglichkeit haben, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich diese Spiele live vor Ort an. Unterstützen Sie Ihren Lieblingsspieler hier, schauen Sie sich die Atmosphäre hier in diesem Club an, es ist sehr sehr empfehlenswert. Ja, Joachim Gardner Schiedsrichter hat es angekündigt, 2. Frame, Tony Drago macht das Brake. Leider, das unglücklich schwarz ist verstellt. Ja, rein, guter Anstoß. Sch�! Schott! Kommt an den ganzen Tisch, hat die richtige freie Route hier, als Fortsetzung offen, kann sie spielen. Und jetzt ein Splitversuch, sehr schöner Split, sehr schön, kommt hier sofort auf eine Fortsetzung, schwarz ist auch noch auf beide Seiten spielbar, blau ist natürlich rundum frei, leider pink hat das verstellt. 36 Punkte schon. 36 Punkte schon. Ja. 34. 38. 38. 48. 45. 49. 40. 39. Gibt jetzt aber Roy Stalk hier eine Möglichkeit auch die ersten Punkte zu erzielen. Er hatte bisher noch keinen Ball, den er richtig versenken konnte. Und seinerseits benötigt er jetzt natürlich auch wieder ein paar Stöße, bis er sich an die Bedingungen hier gewöhnen kann. Auf Wiedersehen.